Okay hat mich schon sehr erschrocken Hallo und herzlich willkommen zum neuen Horrorspiel am besten neuen Er hat angezockt und zwar spielen wir Spooky House of Jumpscares Einige Oh Spooky Ja schon Ja Ich will raus Tschüss Ich mag dich auch Ich will hier raus Und wir müssen jetzt 1000 Räume schaffen Aber ich werde das jetzt spielen nicht Let's play Ich werde vier Parts wahrscheinlich davon machen Es ist ein sehr gutes Horespiel hat corrupted gespielt Und ich war echt beeindruckt von dem Spiel Ich dachte ich mach mal auch ein paar Parts Ich habe schon eh schon dann kein ähm Schon dann kein ähm Letzt angesagt mehr und Horrorspiel gab es nur noch zum großen 500 als Friday Ich hab gedacht ich mach meine Abwechslung Und dann spielen wir jetzt Spooky House of Jumpscares Spooky Also sie hat muss also die Musik ist schon mal sehr wirklich creepy Muss ich sagen also Wirklich creepy Musik Also es hat irgendwas Es ist zwar nicht so gut gemacht Das kann man sich bei Steam kostenlos holen So Komm Ja so groß ich weiß jetzt auch nicht Aber die Chance ist wirklich noch schlimmer Also klappt es hat sich beim ersten Mal wirklich extrem erschrocken Ihr könnt ja mal sein Kanal vorbeigucken Hat recht viele Abonnenten Der zu 25.000 ist noch recht klein Aber er gefällt mir einfach Er hat einen lustigen Stil Oh Gott und die Musik wird immer hässlicher Die gefällt mir langsam nicht mehr so arg Okay hat mich schon sehr erschrocken Hat mich schon mehr erschrocken Also muss sagen hat mich schon mehr erschrocken Der Jumpscare Und die sind eigentlich noch recht süß Die Jumpscares Ich werde immer so 7-10 Minuten Parts machen Komm her Das laufen ja immer schön durch Ja und dann werden wir langsam Wir werden wieder langsam wie ein alter verkrüppelter Opa Okay das war schon wieder Sie werden schlimmer die Jumpscares Aber nicht richtig gruselig Also gruselig ist immer Die Musik gefällt mir nicht so arg gerade Wird ein bisschen unheimlich gerade die Musik Komm weiter machen Immer schon nicht die Uhr mit durchlaufen Ja war nicht gruselig Komm schon Spooky macht abgefuckt das so Gulasch Augen wie bei corrupted oder Irgendwie so ein hässliches Killer Fieber sich aufschlitzen will aber Keine aber die Jumpscares sind süß Oh Trippoint Game save it Ja Art bewegt sich das okay Oh schön animiert alles Beste animation ever Aber es hat irgendwas dieses Spiel Es hat so ein bisschen Minecraft artig ist das halt Warte laufen weiter laufen Running 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 Und wir laufen weiter Weil das Spiel macht uns bis jetzt keine direkten Probleme Okay das war schon ein bisschen wieder schlimmer als das schon sind wir schon wieder schlimmer Das ist das ist das ist das Mayonnaise wird Ja okay was ist jetzt hier los Okay was ist jetzt hier wieder los Ja Soll ich jetzt machen die großartig bitte Alter soll ich jetzt hier machen Ja Leute ich will mal sagen so zu diesen part ich weiß nicht was ich da mache ich Soll ich weiß es nicht ganz genau Aber ich muss sagen dass du sie diesen ersten part von die Spook ist aus auf Jumpscares Das nächste Mal bis dahin Das ist das Mal bis dahin Und dann